Eine Einteilung von Obst und Gemüse erfolgt im Alltag eher intuitiv. Doch was ist denn eigentlich der genaue Unterschied zwischen Obst und Gemüse? Das erklären wir jetzt. Du bist auf der Suche nach einer passenden Ausbildung? Dann komm auf studyflix.de und finde zehntausende offene Ausbildungsstellen. Äpfel sind Obst und Gurken sind Gemüse. Diese Aussagen treffen wir im Alltag eher nach Gefühl, ohne viel darüber nachzudenken. Doch nach welchen Kriterien werden die beiden Gruppen wirklich unterteilt? Die Unterscheidung von Obst und Gemüse ist nicht immer ganz eindeutig. Das liegt daran, dass es gar keine genaue Definition dafür gibt. Tatsächlich werden Obst und Gemüse durch mehrere Kriterien voneinander unterschieden. Aus botanischer Sicht, nach Zuckergehalt oder nach der Art der Zubereitung. Die botanische Einteilung liefert von allen Möglichkeiten die schlüssigste Erklärung. Zum Obst gehören danach alle Früchte von mehrjährigen Pflanzen. Also von Pflanzen wie von Bäumen und Sträuchern, die mehrere Jahre oder Jahrzehnte leben. Jedes Jahr blühen diese Pflanzen und aus ihrer Blüte entwickeln sich die Früchte, die wir als Obst essen. Gemüse hingegen wird vor allem von anderen Pflanzenteilen wie Blättern, Stängeln oder auch Wurzeln geerntet. Außerdem sind Gemüsepflanzen meistens ein- oder zweijährige Pflanzen. Diese Einteilung ist sehr plausibel und auch recht einfach, oder? Doch leider gibt es hier Ausnahmen. So gehören zum Beispiel Spargel und Artischocken ganz klar zum Gemüse, obwohl die Pflanzen mehrjährig sind. Und auch Tomaten und Paprika gehören zum Gemüse. Sie kommen zwar von einjährigen Pflanzen, bilden sich jedoch aus befruchteten Blüten. Wie beim Obst. Solche Gemüsearten, die aus Früchten entstehen, werden deshalb auch Fruchtgemüse genannt. Klasse! Doch welche Unterschiede fallen noch zwischen Obst und Gemüse auf? Beim Reinbeißen kommt dir die Unterscheidung in Obst und Gemüse etwas leichter vor. Obst ist süß und Gemüse eher nicht. Meistens kommt noch dazu, dass Gemüse viel wässriger schmeckt als Obst. Doch auch diese Unterscheidung ist nicht immer so einfach wie auf dem ersten Blick. So schmecken Karotten oder Rote Beete auch süß, obwohl sie zum Gemüse gehören. Einen festgelegten Zuckergehalt, wann etwas Obst und wann Gemüse ist, gibt es dafür außerdem nicht. Ein weiteres gängiges Kriterium der Unterteilung ist die Art der Zubereitung. Meistens werden Gemüse und Obst unterschiedlich zubereitet. Gemüse wird in der Regel gegart verzehrt und Obst wird roh gegessen. Aber was ist dann mit Gurken und Salat oder mit Äpfeln, die in einen Kuchen eingebacken werden? Also auch hier gibt es wieder einige Ausnahmen. Tatsächlich verwenden wir im Alltag eher eine Mischdefinition aus allen Kriterien und wägen dann von Fall zu Fall ab. Eine Tomate entsteht zwar aus einer Frucht, ihre Pflanze ist jedoch einjährig und die Frucht ist nicht sehr süß. Deswegen gehört sie zudem Gemüse. Eine Avocado ist zwar nicht süß, dafür wird sie allerdings als Frucht einer mehrjährigen Pflanze gebildet und meistens roh verzehrt. Sie gehört also zum Obst. Rhabarber würden wir intuitiv auch erstmal zum Obst einordnen. Schließlich ist er süß. In Wirklichkeit gehört Rhabarber allerdings zum Gemüse, da die Stängel der Pflanze verzehrt werden. Zuckerhaltiges Obst lockt im Sommer leider Fruchtfliegen an. Welche Tipps und Tricks es gegen die Tiere gibt, erzählen wir in unserem Video zum Thema Fruchtfliegen loswerden. Also bis gleich! Dir hat das Video gefallen? Dann komm auf studyflix.de und finde den Beruf, der genau zu dir passt.